Ja, wir sind hier am 4. Juli 2021 am Mühlengraben und hier ist das Schwanenpärchen mit den acht Kindern. Ja, das ist in der Nähe vom Hohen See in Hillesheim. Also diese Entenfamilie war vorher an der Tongrube und ein Herr Sandmann hätte die hier am Mühlengraben abgesetzt, weil es hier friedlicher ist, ruhiger. Ja, das ist in der Nähe vom Hohen See. Ja, das ist in der Nähe vom Hohen See. Untertitelung des ZDF, 2020